Und jetzt hol die Maffe raus. Vorsichtig. Und wenn jemand anders außer mir an diese Tür kommt, will ich, dass du ihn sofort erschießt. Hast du mich verstanden? Ich mach keine Scherze, Tony. Du erschießt jeden. So wie in deinen Videospielen. Du schießt jedem in den Kopf. Alles klar? Du schießt jedem in den Kopf. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.